Trimmbach Grüezi, herzlich willkommen hier im Isenbände in Trimmbach nach vielen Jahren wieder einmal zu Gast hier. Der legendäre Döfter auch jeden Donnerstag. Heute ist das Wetter nicht so gut, deshalb gibt es nicht so viele Leute. Aber es ist dann noch interessant hier etwas zu sehen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.